Dieses zum Kauf angebotene gut gepflegte 5,5 Zimmer Einfamilienhaus befindet sich in Mönessee. 1997 wurde dieses Drei-Etagen-Haus erbaut. Das Gebäude verfügt über zwei Garagenparkplätze. Es hat eine Gästetoilette und einen Keller. Die Ausstattung entspricht einem gehobenen Standard. Auf einer Grundstücksfläche von ca. 1467 m² bietet das Haus eine Wohnfläche von ca. 340 m². Das Objekt hat einen Kaufpreis von ca. 449.900 Euro. Für weitere Informationen stehen wir Ihnen unter eingeblendetem Kontakt gern zur Verfügung. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.